So easy, so ein easy kill, so ein easy kill. Letzter kill, letzter kill, letzter kill. Willen entscheidet. Yo, moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wenn ich wirklich an die Runde zurückdenke, bekomme ich wirklich immer wieder Gänser. Und wenn ich drüber nachdenke, was für geisteskranke Sachen das alles passiert sind. Am Anfang habe ich noch komplettes Arsch. Chris holt mich aus einer absolut unmöglichen Situation raus. Am Ende leben noch drei Gegner. Ich muss beide killen für die Twenty Bob. Aber ich muss erst mal erklären, worum es überhaupt geht. Chris und ich haben vor ein paar Tagen wie für gewöhnlich morgens miteinander gesteamed. Und dann meinte er einfach Out of nowhere zu mir. Floyd, ich habe eine Challenge für dich. Wenn ich innerhalb von den ersten drei Runden in dem Duo Stimulus Modus eine Twenty Bomb raushaue, bekomme ich fünf giftige Subs von ihm. Wenn ich das nicht schaffen sollte, muss ich die Kanalpunkte Liegestütze wieder einführen. Und wenn ich wirklich ehrlich bin, habe ich wirklich gar keinen Bock gehabt, die Liegestütze wieder einzuführen. Also wirklich gar keinen Bock. Während ich überlegt habe, ob es mir das wirklich wert ist, kamen dann aber immer wieder neue Leute, die meinten, yo, ich gebe dir nochmal fünf Subs, yo, ich gebe dir nochmal zehn Euro, yo, ich gebe dir nochmal eine Donation, yo, ich gebe dir nochmal Subs. Und irgendwann dachte ich mir dann, fuck, ihr habt mich an den Eiern. Ich fühle mich gerade gar nicht im Try-Up und ich bin gerade aufgewacht. Ich bin gar nicht eingeengt. Ich weiß gar nicht, wie viele Twenty Bombs ich habe. Ich habe vielleicht drei oder so. Glaube ich jedenfalls. Was, drei Twenty Bombs? Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich habe jetzt ein bisschen untertrieben, aber es klingt für die Challenge ein bisschen interessanter. So ein YouTube-Video. Witterung drei. Ich habe gar keinen Aim. Oh nein, oh nein. Aber ich glaube nicht, ich bin mich auch noch gar nicht. Wie aufgeregt bist du, wenn du 15 Kills Early Game hast? Ja, dann bin ich aufgeregt. Also jetzt gerade halt, ist halt, ne? Nein, hinter mir. Scheiße. Oh ja. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Äh, bei mir. Es sind zwei. Einer steht back. Er feiert. Noch einer? Nein. Ach, so stimmt, ich kann nicht helfen. Dachte, ich helfe dir damit. Dachte, du bist fast tot. Den Einzigen, den ich sehe, der ist schon shield-breaking. Nein, ich weiß, wo sie auch gehen. Diese Schöne-Ding? Ja. Lange das hier am Eck. Hm, sehen. Was? 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 Der war lost. Der ist auch absolut lost. Nein, 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 der läuft zu dir. Nein. Ohne zu Floyd laufen, haben wir gesagt. Er ist so one-shot. Nein. Er ist so dumm. Ich möchte gesnipen von irgendwie Cross. Von Cross-Screen hier. Oh nein. Hast du noch eine Drohne? Ja. Oh, der muss... Ja. Rechts um ihn, rechts um ihn. Putin, 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 Putin. Wir sind innen rumgelaufen, ich krieg die aber beide. Müssen wir nicht hier raus? Nein. Nein. Ist gestorben, ne? Roden, 96. Egal, wir müssen da auch übel viele sein. Oh, ich wurde gesnipt von... Von Feuerwehr. Feuerwehr, glaub ich, ja. Ich wurde gesnipt, ich wurde gesnipt. Nein. Ich habe ihm so ein gutes Aim gegeben auch. Die Zaun kommt schon, ich kann nicht auf dich warten jetzt. Na, ist gut. Ich habe im Kiel gemacht, deswegen. Feuerwehr ist noch jemand. Ja, ja. Er sliipt. Hab ihn, hab ihn. Hoch aus, hoch aus, hoch aus. Hoch aus, springt. Hey, auf mich! Fahr mal bitte. Digga, jetzt auf mich draufgesprungen, der Verrückte. Oh ja. Schmacker. Er ist so runtergeklopft. Also, der konnte mich nicht mal sehen. Ich fahr in die Luft. Ich kann nicht sagen, dass First John die das schaffen. Das geht gar nicht, Digga. Das ist ja wirklich, dass er wirklich zu bescheuert. Das ist wirklich richtig dumm. Nein, Gedo, du bist so ein dummer Hu... Ne, das mache ich nicht. Was, 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 was? Er hat Waffe fallen lassen gemacht, das mache ich nicht. Ah, doch, musst du? Digga, nein, das mache ich nicht. Ich hasse dich. Nein, ich sterb direkt. Ich sterb direkt. Da ist einer, pass auf. Nice. Schnell, schnell. Oh, nicht, pass auf. Das will ich nicht, dass ich da störe. Hier play, ja, wirklich hier play. Ja, das ist ein nice range für MP5. Stimmt. Nein. Hinter dir. Wo ist er? Das kann halt nicht sein. Ich hole dich wieder, alles gut. Der hat ihm fast noch einen Turner gegeben. Ist er meine Ebene? Ich sehe es nicht. Ja. Also jetzt will ich doch. Nein. Wir haben beide keine Dings. Ich habe keine, ich habe keine Parks. Ich auch nicht. Hier drin, hier drin. Scheiße, das ist wahrscheinlich der mit verwässerter Drohne. Fünf Gegner. Zwei Kills. So ein easy kill. So ein easy kill. So ein easy kill. Letzter kill, letzter kill, letzter kill. Wurden entscheidet. Ich habe schon MP5. So dann. Was ist der Prozentex? Du musst gut auf den Dings spielen. Okay, er ist shit. Er ist full shit. Er ist full shit. Er ist dumm und shit. Er ist dumm. Er ist dumm. Er ist so dumm. Oh nein, ist das ja dumm. Er ist so dumm. Er lässt sich, er lässt sich töten. Er lässt sich einfach töten. Oh Jesus. Let's go. Let's go. Das kannst du keinem erzählen. Der letzte kill zu 21. Das kann nicht sein. Das war ein Filmgrader. Das war ein Actionfilm. Oh Digga, meine Hände haben so gezittert am Ende. Guckt euch das mal bitte an. Alter. Man hat noch nie bei meinem Pullover gesehen, dass ich schwitze. Noch nie.